Die Mutter von einem meiner besten Freunde hat mir vor Jahren über Dentaprime erzählt. Sie kommt schon seit Jahren hierher und hat sehr viele intensive Behandlungen bekommen und hat immer nur Positives erzählt. Und das hat mich schlussendlich davon überzeugt, bei Dentaprime vorbeizukommen, weil ich leider Gottes einfach schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht habe in Österreich, wo ich lebe, oder in Deutschland. Und ich bin nach wie vor auch sehr zufrieden, dass ich mich entschieden habe, zu Dentaprime zu kommen. Ich denke mal, ich hatte vielleicht das Glück, dass ich jetzt nie komplett ohne Zähne war, aber jeder Mensch, der vielleicht genau dieses Problem hat, der traut sich teilweise vielleicht nicht mal mehr zu lächeln. Menschen fühlen sich nicht mehr wohl. Man kann nicht gescheit essen oder kauen. Man sucht sich dann immer genau seine Stelle raus, wo man kauen kann. Und das ist einfach belastend. Das ist einfach Lebensqualität, die verloren geht. Und das ist definitiv viel besser. Man ist viel zufriedener und viel glücklicher, wenn man wieder normal kauen kann, lachen kann. Ich werde immer wieder freundlich in Empfang genommen. Es ist immer wieder faszinierend, wie viel speziell die Damen vom Empfang, die ja hunderte oder tausende Patienten kennen. Und was ich wahnsinnig bewundere, extrem bewundere, ist die Ruhe, die die Damen an den Tag legen. Und das ist einfach ein bisschen. Vielen Dank.